Klappräder, das ist immer so eine Sache, finde ich, und irgendwie auch immer mit Kompromissen verbunden, oder? Da haben sich ja schon wirklich einige Hersteller die Zähne daran ausgebissen, dieses Genre irgendwie cooler zu machen. Und auch ich habe schon einige Abgefahrene getestet, aber letztendlich muss man sagen, dass da wirklich fast alles gestimmt hat und das Bike dann auch noch günstig war. Das ist in diesem Segment schwierig. Heute könnte das anders sein. Das hier ist das Ardo Air. Man kann das jetzt gerade zum Einführungspreis bei Indiegogo für 1200 Euro bestellen, was natürlich sehr lukrativ ist. Der bleibt später aber auch noch attraktiv, wenn das Air für 2000 Euro regulär verkauft wird. In diesem Video hier stelle ich euch das brandneue Ardo Air vor. Wir steigen zusammen auf und testen es und ich sage euch, warum mich das Bike so begeistert. Los geht's! So, hier ist das Ardo Air, das brandneue E-Bike der asiatischen Marke Adiz Oasis. So heißt es in der langen Form und wir beginnen wie immer mal mit den Äußerlichkeiten. Ich finde das Bike recht gelungen und schlank und schön. Wir haben hier für die Ästhetik am Rahmen den großen Vorteil, dass sich der Akku hier nicht wie sonst so oft im Inneren des Bikes befindet. Und das bringt gleich mehrere Vorteile, aber auch einen großen Nachteil, zu dem wir später noch kommen. Der Vorteil ist natürlich, dass man sich da beim Rahmendesign bei der Dicke nicht nachrichten muss. Außerdem kann man die Kabel innenliegend im Rahmen verlaufend haben. Und oftmals hat man das so an der Unterseite entlang geführt und oftmals befindet sich auch da das Schloss, um den Akku zu entnehmen. Dann an der Unterseite, das sieht man nicht gut, da muss man sich runter bücken, muss da so fummeln, um auszuschließen. Man wird schmutzig, der Schlüssel wird schmutzig. Das finde ich immer so ein wenig unpraktisch. Zu diesem schlanken Design hier passt auch die himmelblaue Farbe ganz gut, wie ich finde. Sieht schön aus, ist matt. Es gibt keine dicken, auffallenden Schweißnähte. Die Weißnähte an allen relevanten Stellen wurde hier sauber weggeschliffen, sodass der Rahmen aussieht wie aus einem Guss. Außerdem gefällt mir, wie sie das hier hinten am Hinterrad gelöst haben. Das bringt irgendwie eine schöne stylische Komponente hier mit rein. Gefällt mir richtig gut. Man muss sagen, am Ende des Tages ist es noch immer ein Klapprad und das bringt ebenso ein paar Faktoren mit, die sich nicht einfach verändern lassen. Aber wie Ado das Design mit dem R gelöst hat, das ist schon stark. Es ist auch kein Fatbike, wie das zuvor ja oft der Fall war, sondern wirklich elegant. Klar, über Design und die Optik lässt sich hervorragend streiten, aber schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu der Optik sagt. Das bringt uns jetzt unweigerlich zu den eben angesprochenen Besonderheiten und natürlich damit zum Klappmechanismus. Um das Teil hier ganz klein zu bekommen, gilt es im Grunde nur an zwei Stellen Falten. Zunächst in der Front, die beiden Hebel sind gesondert gesichert, lässt sich das lösen und dann der Lenker einklappen. Dann geht es in die Mitte, auch da der Clip nochmal extra gesichert, damit da auch nichts während der Fahrt passiert und dann lässt es sich einfach klappen. Es wird dann sehr schön kompakt, lässt sich gut transportieren. Wer mag, der kann dann das gleiche auch nochmal mit den Pedalen tun. Dann schrumpft das ohnehin schon kompakte E-Bike noch einmal deutlich in seinen Ausmaßen und kann im Kofferraum, in der Bahn oder sonst wo mitgenommen werden oder aber einfach platzsparend bei euch zu Hause gelagert werden. Aber wir wollen nicht lagern, wir wollen losfahren. Klappen wir die Pedale also mal wieder auf und drehen eine Runde, aber nicht, ohne zuvor einen Blick auf dieses echt schicke Display zu werfen. Ein Farbdisplay, auch das eher untypisch in dieser Preis- und Geometrie-Kategorie, aber das sieht doch schon echt sehr cool aus und hat einen futuristischen, cleanen Look. Wir können auf dem Display jederzeit die Geschwindigkeit, den Akkustand, Unterstützungsstufe und so ein paar Fahrdaten ablesen. Das gefällt mir, wie das hier gestaltet wurde und das beinhaltet auch gleich noch die Bedienelemente für das Rad. Das Display bringt noch ein wirklich geniales Feature mit, auf das wir aber später, wenn es um die smarten Features geht, noch kommen. Neben dem Ein- und Ausschalter haben wir auch noch eine Plus- und Minustaste. Damit geht es dann durch die insgesamt drei Unterstützungsstufen ein langer Druck. Auf das Plus schaltet die Beleuchtung ein oder aus, ein langer Druck auf das Minus, aktiviert die Schiebe- oder Anfallhilfe. Gucken wir doch auch gleich mal auf die Beleuchtung. Das ist jetzt eher so ein Standard-Bauteil, was wir hier vorne haben, aber nichtsdestotrotz, die leuchtet gut hell und geht beim Lenken in der Kurve schön mit. Hinten müssen wir das Licht separat ein- und ausschalten, auch das kennt man ja in dieser Kategorie. Hier hätte ich mir aber gewünscht, dass sie das anders lösen, dass auch das Akku gespeist ist, denn es sitzt ja an der Quelle sozusagen. Denn beim Ado Air befindet sich der Akku in der Sattelstütze oder vielmehr der Akku ist ja die Sattelstütze, wenn man so will. Hier befindet sich der Ein- und Ausknopf zentral für das Bike, im Rohr selbst die Batterien, der Sattel, der ist da mit dran und dann wird das Kabel hier einfach angesteckt und ihr habt das Rad mit Strom versorgt. Es gibt hier am Akku auch noch den Hauptswitch, wie gesagt, wenn ihr den Eindruckt, dann leuchtet der grün und dann lässt sich das Bike auch starten. Und ansonsten eben nicht und verbunden muss es hier hinten halt auch sein. Das finde ich eine sehr schöne Lösung und die sorgt natürlich auch dafür, dass ich den Akku überall hin mitnehmen kann. Aber leider nicht nur ich, denn dieser Schnellspanner hier, den bekommt natürlich auch jeder andere ruckzuck auf und das macht es dann wirklich zu einem sehr leicht zu klauenden Akku. Das ist jetzt natürlich eher weniger praktisch und durchdacht. Was mir dann noch aufgefallen ist, ich kann es echt sehr, sehr weit nach oben machen und auch mit meinen 1,90 Meter ist das hier, das muss man bei so Klapp- oder Falträdern ja immer dazu sagen, wirklich für mich noch nicht zu klein für mein Empfinden. Also leicht zu klauen der Akku, schade, ich bin ja noch im Gespräch mit Ado, ob es da irgendeine Lösung für gibt, ob ich da irgendwas übersehe. Kommen wir aber zu den Dingen, die hier richtig gut sind, denn die Sacko-Sache, die macht mir echt so ein wenig Kopfzerbrechen. Also das Ado Air wird von einem Riemen angetrieben und der läuft super smooth und leise, gefällt mir immer ganz gut und ich bin, glaube ich, noch kein Fallrad mit Riemen gefahren. Von daher cool, dass sich das jetzt ändert. Er ist von Top-Trans, also kein Gates. Da habe ich ehrlich gesagt auch noch keine Erfahrungen mit gemacht, vor allem was die Haltbarkeit angeht, ist es ja immer spannend. Aber wie gesagt, jetzt für so einen Testzeitraum war alles super, aber ich kann es einfach nicht beurteilen. Ado selbst gibt rund 30.000 Kilometer an, damit wäre das in dem Hinblick auf Gates-Niveau. Und wenn wir hier schon beim Riemen sind, dann kommen wir in dessen Verlauf auch unweigerlich hier hinten ans Hinterrad und da befindet sich dann auch der Motor. Ist dann Maiweiß? Das ist der Motor, der unter anderem auch in den Tenways E-Bikes zum Einsatz kommt und mich da schon zu begeistern wusste und das tut er hier auch. Ein Drehmoment von 37 Newtonmetern gibt Ado an, krummer Wert, aber naja, das ist mehr als ausreichend für dieses Bike, um damit auch noch Steigungen absolvieren und Hügel erklimmen zu können. Hat wirklich überraschend gut geklappt bei mir und, was ich hier richtig super finde, das Ado hat auch einen Drehmomentsensor. Das heißt, hier bekommt man wirklich sehr intuitive Unterstützung. Je nach Kraft, wie in die Pedale geht, schaltet sich auch der Motor ein und der hier ist wirklich sehr gut abgestimmt. Entspannt fährt es sich und wenn man dann aber mal kurz in die Folgen geht, dann merkt man erstmal, wie viel Power der hat und wie gut und wie simultan die wirklich zu eurem Pedalieren abgerufen wird. Echt ein sehr, sehr tolles Fahrgefühl. Und apropos, man ist halt immer noch in dieser Klappradhaltung unterwegs, wenn wir hier über das Fahrgefühl sprechen, wenn man eins gefahren ist, der weiß, was ich meine. Niedriger Schwerpunkt, recht aufrechte Sitzposition, aber man ist sehr agil. Gerade der Schwerpunkt, der schmale Lenker, die kleinen Reifen, ist ein richtig toller Flitzer. Bei 28 bis 30 kmh wird mir die Kadenz dann etwas zu hoch. Am entspanntesten fährt es sich noch mit 25, finde ich. Und bis dahin unterstützt ja auch der Motor. Und gerade diese Kombination aus Riemenantrieb und Drehmomentsensor, das gibt es halt einfach nicht so oft bei diesen Klapprädern in diesem Preisbereich. Dazu zähle ich auch ein Farbdisplay und dazu zähle ich auch die App-Anbindung des ADO Air. Da bekommt man nochmal Ride-Statistiken, man kann sich navigieren lassen, ein Dashboard, kann das Licht ein- und ausschalten und so weiter. Die ist okay, bietet jetzt aber keinen Zuwachs an Features, sowie Tracking- oder Alarmfunktionen. Deshalb nice to have, aber für diese Preisklasse auch nicht alltäglich. Auch wenn ich sie jetzt nicht zwingend brauchen würde mit dem Funktionsumfang. Habe ich zumindest gedacht, bis ich herausgefunden habe, die Navigation findet nicht nur in der App statt, wo ich sie nicht brauche, sondern wird auch auf das Display übertragen. Und das ist wirklich überragend. Das ist total cool. Wir bekommen angezeigt, wann wir ankommen, wann wir wo wie abbiegen müssen. Mega gut, das finde ich jetzt noch sehr praktisch. Und apropos, wenn wir hier mal unter das Display schauen, dann sehen wir da auch noch USB zum Aufladen des Smartphones beispielsweise. Und auch das ist praktisch. Was ich auch noch zu nicht selbstverständlich zähle, sind hydraulische Scheibenbremsen. Die sind bei solchen Bikes häufig eher mechanisch und damit etwas träger. Ey, und diese hier sind wirklich der Wahnsinn. Die sind einfach total auf den Punkt, da musst du nichts nachstellen. Gar nichts für mich perfekt abgestimmt. Die haben so toll zugepackt, lassen sich aber auch leger dosieren. Also das ist auch so ein heimliches Highlight des ADO Air. Gehen wir noch ein paar wichtige Eckpunkte durch. Das Rad wiegt 16 Kilo, lässt sich also sehr gut irgendwo einladen zum Transportieren. Das zulässige Gesamtgewicht habe ich noch nicht gefunden. Gut möglich, dass das noch nachgereicht wird. Und der Akku mit Samsung-Zellen soll euch bis zu 100 Kilometer weit bringen. Ja, das kommt jetzt nicht wirklich hin, denn die meiste Zeit fährt man so ein Rad ja mit Unterstützung. Ich bin jetzt wirklich weit gekommen, habe keinen Reichweiten-Test gemacht, aber zieht da mal mindestens 20 Kilometer ab, wie so oft. Schick fand ich noch. Die Griffe, die haben mir gefallen. Ließen sich gut greifen, obwohl ja relativ dünn. Der Sattel ist super bequem und das rundet für mich das Paket ab. Und ich merke jetzt mal so, ich bin hier ganz schön in den Schwärmen geraten, aber auch zu Recht, wie ich finde. Sehr responsiver, toller Drehmomentsensor, leistungsstarker Motor, ein schickes Design, Navigation auf dem Farbdisplay, Riemenantrieb und tolle Bremsen für einen Preis von derzeit 1200 Euro. Also mich hat das überzeugt. Aber wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare, vergesst nicht dein Like und ein Abo da zu lassen, um keine Videos mehr zu verpassen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.